Die Frage ist, ob das so gut ist. Denn meine Ideen sind selten gut. Hm. Da sind Wölfe. Super, ich hab aber keine Knochen. Ich würde sagen, damit ist meine Entscheidung gefallen, ich versuche erstmal einen Spawner zu bauen. Lauf. Ohne zu zögern wird sie getötet. Nur um den begehrten Rohstoff zu erhalten. Okay, dann gehe ich jetzt also wieder zurück. Und versuche Slimes zu finden, indem ich einen großen Spawner baue. Und mal gucken, was da drinnen passiert. Ja. Beweg dich mal etwas. Mein Gott ist das vier, was ich hier habe. Dann noch 900 Blöcke. Dann war das ein schöner Tagesausflug. Hm. Ja, dann kann ich das als Tagesausflug wählen, äh, zählen. Ist auch das Hexenhaus wieder. Vielleicht kann ich ja jetzt mal gucken, ob die nur nachts kommt oder so. Oder ob die Slimes, nein, die Slimes brauchen ja eigentlich Licht. Hm. Die ist ausgezogen. Gut. Gut. Weniger Probleme für mich. Als für die. Da. Es gibt doch Slimes hier in der Nähe. Schön. Super. Geil. Hey. Nicht mich abschießen. Ich möchte nur Slimes haben. Die brauche ich gar nicht. Vielleicht muss ich einfach hier nur warten, bis es genügend Mobs gibt. Ähm. Da ist ein Slime. Mal vorher das Skelett in der Nähe töten. Hallo. Oh. Na kommt her. Sieben Slime-Bälle. Klingt gar nicht mal so schlecht. Ich habe aber 13 Blaze Power. Hm. Da hinten ist einer. Super. Hm. Vielleicht soll ich nicht so viel... In meinem Jetpack fliegen. Ja. So, 13. Ja, das wird fürs Erste reichen. Also kann ich mir hier noch ein Home-Waypoint hinsetzen. Allerdings Schlaffenland, Edit, ich konnte das irgendwie, ja genau, jetzt hat sich das ausgestellt. Gut, das wollte ich nämlich jetzt auch mit, ähm, Waypoint enabled on, äh. Habe ich das jetzt einfach nur als, nein. Da drauf, so, Waypoint. Ah, cool. Die werden mir auf dem Kompass angezeigt. Gut. Dann habe ich nicht so viele Sachen um mich rumschweben. Was schon mal sehr nett ist. Muss man wirklich sagen. So. Komm, ich möchte übers Wasser, da ist ein Spinnreiter, daneben ist eine Hexe. Nein, das ist einfach nur ein Creeper mit Skeletten. Okay. So. Erstmal was. Und jetzt lauf. 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 Und zwar so schnell, dass mich keiner abschießen kann. So. Hallo. Tut mir leid, aber haha. Lauf. 400 Meter. So. Und das ist das Schlimmste hier drüber zu fliegen. Hier sind wirklich sau viele Leute unterwegs. So. Weiter, 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 weiter. Schön. Jetzt muss ich nur noch über das Meer nach Hause fliegen. Aber da sind noch 200 Meter. 200 Meter. 200 Meter. Ich habe nur noch 5 im Jackpack. Das kann nicht gut gehen, doch. Es kann gut sein. Ich habe doch den Hühner-Point gelöscht. gut. Ist ja jetzt wieder da. Ist ja jetzt wieder da. so. Jetzt läuft hier wieder alles. Wir haben alles, was wir brauchen. Wofür brauchten wir nochmal? Für die Magma-Cream. Genau. Für die Needle Gun. So. Dice. Was machen diese Typen? Ich habe keine Ahnung. Ich tue es am besten mal hier zu. Shizzle Head kann weg. So. Als erstes. Waypoint. Hühner. Delight. Yes. So. Dann. Ähm. Was kann man mit Dye machen? Usage. Nein. Usage. Black Stained Clay. Black Stained Clay. Achso. Man kann damit Sachen färben. Okay. Black Metal Plattform. Was ist denn da eine Plattform? Gut. Iron Tank Wall. Okay, beam, dass man hier alles machen kann Ah, I'm bl-